Das ist einfach unnatürlich. Das Ding ist so, unnatürliche Zustände wie solche, also deren Wunschzustände, die kann man nur über Gewalt aufrechterhalten. Also nur indem man das wirklich erzwingt. Würde man der Natur ihren Lauf lassen, würden sich einfach alle mischen. Und irgendwann würde man kaum noch erkennen, wer woher kommt. Und es würde sich viel mehr über Inhalt definiert werden. Und was man so sagen hat, die Qualität seines Charakters zum Beispiel und so Sachen.